No place has ever been Yo, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video Ich spiele gerade Minecraft Aura PvP aber auch nur kurz ich will nur zur Info nochmal ich habe jetzt ein neues Intro endlich ich freue mich total und ich wollte einfach nur mal dass ihr das seht oh fuck hab ich mich gerade erschrocken dass ihr das auch sehen könnt bin ich eigentlich irgendwie behindert ja ok bin ich und ja ihr habt es jetzt schon mal gesehen aber ihr werdet es jetzt nochmal sehen ich werde es euch nochmal genau in diesem Moment zeigen ok ok jetzt bin ich wieder da und ich hoffe euch gefällt das also ich finde es richtig nice und Dankeschön dafür auch an den Tom von GalericsArts oder NeoFX der hat seinen Kanal irgendwie umbenannt ich werde ihn auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinken und ja wenn der das auch in meine Intro hochladen sollte geht auf jeden Fall bei dem seinen Kanal vorbei und schreibt dem Danke von mir wer auch immer das will ok das klingt jetzt auch ein bisschen merkwürdig aber auf jeden Fall bin ich ihm richtig dankbar finde ich richtig geil von dem und das Intro ist einfach ultra nice geworden meiner Meinung nach steht jetzt wirklich was wegboxen ja ich bin ihm richtig dankbar und ich finde das ultra geil also ihr könnt ihr schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare wie ihr das Intro findet und gebt mir einen Daumen hoch mal gucken den Spick ab macht sie los gerade da kommt ja jetzt der Gatter runter da kommt ja jetzt der Gatter runter da kommt ja jetzt die Gatter da kommt ja jetzt die Gatter und blöd und blöd und glöd Ok, der hat zwischen den Enderkeller hochgeworfen, der hätte jetzt eigentlich direkt verlangen müssen, aber das Video beende ich jetzt auch damit, macht's gut, haut rein und tschau Leute.